Freunde, heute gibt es einen Quick-Tipp zum Thema Trainingstechniken, und zwar die Muscle-Brain-Connection. Wenn ich keine Verbindung zum Zielmuskel herstelle, dann kann es sein, dass ich den Zielmuskel nicht treffe. Ihr müsst euch vorstellen, ein Bildhauer, der hat einen großen Stein und fängt an rauszumeißeln. Und dazu benutzt er ganz bestimmtes Werkzeug. Und ein gutes Werkzeug für den Muskelaufbau ist die Muscle-Brain-Connection. Das heißt, stell eine Verbindung zum Zielmuskel her. Du machst Bizet, also muss hauptsächlich die Belastung im Bizet landen. Und dazu muss ich mich konzentrieren, fokussieren und natürlich auch den Fokus auf den Zielmuskel legen. Nicht einfach hoch-runder, sondern im Geiste bin ich in meinem Bizet. Und das seht ihr immer dann, wenn die Menschen in den Augen gucken, die trainieren so. Die schauen und sehen nichts, die sind fokussiert. Und dann seid ihr im Zielmuskel. Quick-Tipp. 7 Baby asleep yet. 3ysz 35 14 15 15 át